So, willkommen zurück. Wir wollen unsere Betrachtungen zum Thema Resolution mit diesem Video langsam mal abschließen und wollen endlich zeigen, dass Resolution vollständig ist. Also es geht um die Vollständigkeit der Resolution und das heißt natürlich, wir wollen zeigen, dass tatsächlich immer dann, wenn eine Formel unerfüllbar ist, die Resolution uns das auch nach endlich vielen Schritten liefern wird. Obgleich wir wissen, dass es Fälle gibt, in denen der Algorithmus nicht terminieren kann. Die Entscheidung des Problems ist unmöglich, das ist unentscheidbar, aber wenigstens in den Fällen, in denen Unerfüllbarkeit gegeben ist, dürfen wir auf Terminierung hoffen. Das wollen wir zeigen. Beim letzten Mal hatte ich über Erbron-Redationen, über Erbron-Modelle und letztlich über Erbron-Expansionen gesprochen. All das mit dem Ziel, die Prädikatenlogik einzuzäunen und syntaktischer, greifbarer zu machen und am Ende haben wir es sogar geschafft, mehr oder weniger die Erfüllbarkeit einer Scholem-Form auf eine syntaktische Weise in Erfüllbarkeit einer propositionalen Formel und sogar einer endlichen zu übersetzen. Zumindest für den Unerfüllbarkeitsfall. Wenn die Formel unerfüllbar ist, dann gibt es eine endliche Teilmenge der Erbron-Expansion, die man als propositionale Formel lesen könnte und die ebenfalls schon unerfüllbar ist. Dann hatte ich Ihnen einen sehr unpraktischen Algorithmus gezeigt, um nach so einer Teilmenge zu suchen und wir wollen jetzt argumentieren, dass Resolution, so wie ich sie schon vorgestellt hatte, ein besserer Algorithmus ist, um eben diese Suche durchzuführen. Das heißt, dass Resolution dasselbe leistet und damit auch am Ende Erfolg hat, wenn diese Suche Erfolg hat und deshalb vollständig ist. Okay, nochmal zum besseren Verständnis, zum Mitschreiben der Ansatz für dieses Vorgehen. Also Erbrons Satz ist derjenige, der uns Syntax und Semantik zusammengebracht hat und gesagt hat, Erfüllbarkeit von Scholem-Formen ist gleich Erfüllbarkeit auf Erbron-Modellen. Und Erbrons Satz liefert uns auch eine Strategie zum Beweis der Vollständigkeit der Resolution. Wir wissen bereits mehrere Dinge. Erstens, Unerfüllbarkeit einer Klauselmenge zeigt sich in der Unerfüllbarkeit ihrer Erbron-Expansion. Und das war das, was wir beim letzten Mal genutzt haben. Zweitens, die Unerfüllbarkeit der Erbron-Expansion kann man mit Aussagen logischer Resolution beweisen. Und die ist ja gar nicht so verschieden von unserer Resolution, zumindest was die Ideen des wesentlichen Teils betrifft, des Resolutionsschrittes. Und Prädikaten logischer Resolution wiederum verallgemeinert Aussagen logischer Resolution, indem wir direkt mit Klauseln arbeiten, die noch Variablen enthalten. Also die Version über Erbron ist die, bei der wir erst alle Variablen entfernen, indem wir sie also ersetzen durch Terme aus dem Erbron-Universum. Das also führt zu propositionaler Logik und dann können wir ganz klassische Resolutionen da veranstalten. Aber wir können auch direkt auf den Klauseln mit Variablen Resolutionen durchführen. Dafür müssen wir aber Prädikaten logischer Resolutionen mit Unifikatoren und dergleichen machen. Aber damit können wir direkt aus Klauseln, die noch Variablen enthalten, neue Klauseln erzeugen, die noch Variablen enthalten. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wie verhalten sich diese beiden Ebenen zueinander? Wenn ich die eine Ebene, die ich erhalte, wenn ich erst alle Variablen ersetze durch Grundterme und dann propositional arbeite und die andere Ebene, die ich erhalte, wenn ich die Variablen behalte und mit Substitutionen arbeite, die nicht unbedingt alle Terme mit Erbron-Universumselementen ersetzen, sondern die vielleicht noch Variablen drin enthalten. Also die Frage, kann man alle Schlüsse, die man auf expandierten Formeln, also auf Erbron-expandierten Formeln aussagenlogisch erzeugen kann, auch direkt prädikatenlogisch mit Variablen enthalten erhalten? Also ohne alles in jeder möglichen Art und Weise zu ersetzen, direkt mit prädikatenlogischer Institutionen. Geht das? Reicht das? Und die Antwort ist ja. Im Prinzip geht das. Jeder aussagenlogische Schluss auf der Erbron-Expansion kann auf einen prädikatenlogischen Schluss, auf den Klauseln mit Variablen, angehoben werden. Also wird repräsentiert durch einen allgemeineren Schluss in der Prädikatenlogik. Prädikatenlogik als Kurzschreibweise für viele mögliche Expansionen, für viele mögliche Grundinstanzen der Klausel. Und dieses Anheben, das nennt man auch Lifting im Englischen und da gibt es das berühmte Lifting-Lemma, welches das formalisiert. Es heißt Lemma, aber ich nenne es hier mal Satz, denn es ist schon ein wichtiges Resultat. Seien K1 und K2 prädikatenlogische Klauseln mit Grundinstanzen K1', die ich irgendwie bilde durch Verwenden einer Grundsubstitution hier. Und K2', die ich aus K2 bilde durch eben diese Substitution. Dass ich hier das gleiche Sigma verwende, ist keine Einschränkung. Ich kann ja einfach annehmen, dass die Klauseln gar keine gemeinsamen Variablen verwenden. Das heißt also, was Sigma auf K1 tut und was Sigma auf K2 tut, ist unabhängig voneinander. Also ich kann das gleiche Sigma nehmen. Okay, also ich habe zwei Klauseln, K1 und K2 und ich habe zwei Grundinstanzen davon, K1' und K2'. Die Grundinstanzen, das wären also Dinge, die ich in meiner Erbranchexpansion aussagenlogisch sozusagen finden würde. Jetzt besagt das Lemma folgendes. Wenn R', und ich behalte das Strich hier bei für alles, was passiert auf dieser aussagenlogischen Seite, alles das wird mit Strichen versehen hier. Wenn also R' eine aussagenlogische Resolvente von K1' und K2' ist, dann gibt es auch eine prädikatenlogische Resolvente R von K1 und K2, welche R' als Grundinstanz hat. Das heißt, anstatt, dass ich erst alle Variablen in K1 und K2 ersetze und dann eine Resolvente bilde, kann ich auch direkt auf den Klauseln mit Variablen K1 und K2 eine Resolvente bilden und die wird garantiert allgemeiner sein als R'. Ich kann R' daraus erzeugen, indem ich einfach eine Substitution darauf anwende. Und wir wissen, weil alle Variablen hier universell quantifiziert sind in unserer Skulem-Form, ist das auch eine logische Konsequenz. Also wenn Sie irgendetwas dort ableiten, dann sind alle Dinge, die man durch Einsetzung von spezielleren Werten in die Variablen erhält, auch logische Konsequenzen von dem, was Sie abgeleitet haben. Also Sie müssen nicht immer unten rumgehen. Sie können auch oben in der Welt der Prädikatenlogik bleiben und Sie erhalten Schlüsse, die im Prinzip alles, was Sie unten in dem konkreten Fall ohne Variablen erhalten können, auch mit Variablen repräsentieren. Allgemeiner. Okay, das ist das Lifting-Lämmer und das ist ein ganz entscheidendes Ergebnis für die Korrektheit oder Vollständigkeit, besser gesagt, der Resolution, wie wir sehen werden. Okay, deshalb möchte ich es auch beweisen, damit wir wirklich nachvollziehen können, was hier passiert. Wie geht das? Naja, das ist vor allem auch ein Beweis, wo man sich ein bisschen überlegen muss, wie gehe ich da ran? Ich glaube, so die grundsätzliche, das Gefühl dafür, dass das im Prinzip schon stimmen sollte, dass es keine schöne Welt wäre, wenn das nicht stimmen würde, das kann man schon irgendwie entwickeln. Ja, also die Dinge sind so nah beieinander, dass es sehr traurig wäre, wenn das nicht koinzidieren würde. Aber wie zeige ich es jetzt systematisch? Wie kann ich da ran gehen? Das ist auch ein bisschen eine Herausforderung hier vielleicht, aber es ist nicht allzu schwer. Wir werden nicht viel Zeit brauchen dafür. Wie gehe ich vor? Ich nehme zunächst mal an, dass wir das getan haben, was hier oben steht, nämlich wir haben eine Resolvente gebildet von K1' und K2', eine aussagenlogische Resolvente. Und Sie sehen, dass der Satz in seiner Form eine Implikation ist. Er sagt, wenn wir aussagenlogisch etwas bekommen, dann können wir das auch prädikatenlogisch kriegen. Das heißt, ich muss nur von dieser Vorbedingung zu dieser Konklusion kommen. Ich beginne also mal mit der Vorbedingung. Also ich habe irgendwas resolviert, aussagenlogisch, mit über K1' und K2'. Dann muss natürlich in K1' ein Atom vorgekommen sein, A' nenne ich das mal. Ich nehme hier die Striche für alles, was variablenfrei ist. Und das gleiche Atom, aber mit Negation jetzt, muss in K2' aufgetaucht sein. Und es ist natürlich völlig egal, ob die negierte Version in K1 oder in K2 steht. Ich kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit sagen, die unnegierte Version war in K1. Ansonsten vertausche ich einfach 1 und 2 in meiner Bemelung. Okay, also das heißt, ich habe dieses Atom benutzt, um darüber zu resolvieren. Und jetzt betrachte ich die Menge, die ich hier mit so einem geschwungenen kalligrafischen A bezeichne, A1, welche besteht aus allen A, allen Atomen, und das sind jetzt prädikatenlogische Atome ohne Strich, alle prädikatenlogischen Atome mit Variablen eventuell, die in K1 vorkommen. Und für die gilt, wenn man die Substitution Sigma darauf anwendet, dann bekomme ich A'. Also ich habe hier das Sigma, das war die Instanzziierung, die ich hier verwendet habe, die Substitution, die die Variablen entfernt hat aus meinen beiden Klauseln. Und ich könnte jetzt aber natürlich mehrere Atome haben, die unter dieser Substitution zusammenfallen, die prädikatenlogisch unterschiedlich waren, aber wenn ich die Einsetzungen mache, dann kommt bei allen diesen Atomen A' raus. Und diese Menge von Atomen nenne ich mal A1. Und analog dazu nenne ich A2 die Menge an Atomen, die negiert in K2 vorkommen und die gleiche Eigenschaft haben. Also auch unter der Substitution zu A' werden. Das sind also die A2. Und Sie sehen, das sind im Prinzip alle A2 beinhaltet alle Atome, aus denen dieser negative Teil entstanden wäre. Und A1 enthält alle Atome, aus denen der positive Teil entstanden ist, in der propositionalen Sicht, in der variablen freien Sicht. Okay, das heißt also erstmal nur Benennungen. Von Dingen, dann kann ich jetzt aber interessanterweise sehen, dass natürlich das Sigma, mit dem ich hier arbeite, ein Unifikator ist für die Vereinigung dieser beiden Mengen. Also all diese Atome, die hier und hier vorkommen, werden unifiziert durch Sigma, weil natürlich all diese Atome auf A' abgebildet werden. Also gleich werden, gleich gemacht, unifiziert. Das heißt also, diese Menge von Atomen ist unifizierbar. Und was unifizierbar ist, das wissen wir schon, das hat auch einen allgemeinsten Unifikator. Den nenne ich mal Theta. Also Sigma ist jetzt erstmal ja nur irgendeine Ersetzung gewesen. Aber ich wechsle jetzt zur allgemeinsten Übersetzung, Ersetzung, zum allgemeinsten Unifikator Theta. Das Arbeiten mit allgemeinsten Unifikatoren ist natürlich allgemein von Vorteil. Man leitet nur Dinge ab, die möglichst vielfältig nutzbar sind. Man macht keine unnützen Annahmen. Und natürlich unser Resolutionsalgorithmus, so wie ich den vorgestellt habe, arbeitet nur mit allgemeinsten Unifikatoren. Das heißt, wenn wir irgendwie es schaffen wollen, einen Resolutionsschritt auf prädikatenlogischer Seite zu machen, wie das Lifting-Lemma den vorgibt, dann müssen wir einen allgemeinsten Unifikator finden. Da bin ich jetzt also schon. Und jetzt wollen wir den benutzen, um einen Resolutionsschritt auf K1 und K2 durchzuführen. Und das geht natürlich. Also mit einem allgemeinsten Unifikator von zwei Atommengen, die komplett negiert in der einen Klausel vorkommen und komplett nicht negiert in der anderen. Mit so etwas kann man arbeiten. Da darf man den Resolutionsschritt drauf anwenden und man bekommt irgendetwas als Ergebnis. Das nenne ich einfach hier mal A. Das ist die Resolvente. Und das ist das, was wir suchen, wie sich herausstellen wird. Okay, das ist also die Resolvente, die man erhält. Und jetzt sehen wir leicht, dass R', das heißt also das, was ich ursprünglich gebildet habe aus den hier ersetzten oder grundinstanzierten Klauseln und R', dass diese beiden Mengen die Instanzen der gleichen Literale enthalten. Also die Literale, die ich weggeschnitten habe, das sind alle die, die in A1 und A2 beziehungsweise dann als eingesetzte Version in Form von A' und nicht A' in den Klauseln vorkamen. Und alle anderen Literale sind ja gleich geblieben. Und diese anderen Literale habe ich einmal als Sigma-Instanz in R' und einmal als Theta-Instanz in R. Theta ist allgemeiner als Sigma. Und das bedeutet letztlich, dass R' und R die gleiche Form haben. Also sie sind beide solche Mengen, die also die gleichen Literale L1 bis Ln, das sind gerade die übrigen Literale aus den beiden Klauseln zusammengenommen, enthalten, aber einmal mit Sigma instanziiert und einmal mit Theta. Auf der prädikatenlogischen Ebene. Okay. Und was ich behaupte, ist ja, dass R eine Grundinstanz hat, die R' ist. Wie komme ich jetzt dazu? Eine Grundinstanz heißt letztlich nur, dass es irgendwie möglich sein muss, die Variablen in R so zu ersetzen, dass man R' erhält. Und ja, R' ist variablenfrei, ist also eine Instanz, die keine Variablen enthält, also Grund ist, wie man so sagt, Grundinstanz ist. Okay. Und das ergibt sich ganz einfach. Ich weiß, dass Theta ein allgemeinster Unifikator ist und Sigma einfach irgendein Unifikator ist. Und das Verhältnis von Allgemeinsten zu beliebigen Unifikatoren ist so, dass man die beliebigen aus dem Allgemeinsten erhält, indem man noch irgendetwas anhängt. Manchmal muss man nichts mehr machen. Man könnte auch sein, Sigma und Theta sind gleich. Manchmal muss man noch weitere Dinge ersetzen, umbenennen oder noch spezialisieren. Und das kann ich so ausdrücken, dass ich sage, ich hänge an das Theta noch ein Lambda ran und damit erhalte ich genau Sigma. Okay. Und das Lambda ist jetzt genau das, was ich brauche, um aus meinem R R' zu erhalten. Wenn ich R Lambda bilde, dann ist das L1 Theta Lambda. Und Theta Lambda ist nichts weiter als Sigma. Also ist das L1 Sigma. Und das ist ja genau R'. Und das heißt tatsächlich, es stimmt, R' ist eine Instanz von R, nämlich unter diesem Lambda. Okay. Okay, das ist das Lifting-Glamour. Das ist schon alles. Was uns das jetzt gibt, ist also, ich muss nicht wirklich alle Grundinstanzen in der Appron-Expansion bilden und dann irgendwie blind darauf Resolution durchführen oder irgendwas anderes mit ihnen anstellen, sondern ich kann auch hoffen, dass ich die gleichen Schlüsse, die ich auf der unteren Ebene der Appron-Expansion ziehen könnte, dass ich die auch am Ende auf der höheren Ebene, angehoben eben, geliftet, ebenfalls ziehen könnte. Und der interessanteste Schluss, den ich dabei ziehen kann, ist natürlich die leere Klausel. Und die leere Klausel, das sieht man leicht, die muss ich nicht weiter verändern, die muss ich auch nicht liften, wenn ich einen Fall habe, wo also R' die leere Klausel ist und ich weiß, man muss auch irgendwie eine Resolvente erzeugen können, die die leere Klausel als Grundinstanz hat, dann muss diese Resolvente in dem Fall auch leere Klausel sein. Also man kann durch Instanzierung nicht aus einer nicht leeren Klausel eine leere machen. Das heißt also, wenn ich am Ende zur leeren Klausel komme, dann muss das auch auf prädikatenlogischer Ebene passieren. Okay, das wollen wir nutzen, diese Idee so vage, um die Vollständigkeit der Resolution jetzt noch zu kriegen. Okay, Resolutionssatz, so wie ich ihn schon mal angegeben habe, wenn es eine leere Klausel, wenn das F unerfüllbar ist, dann gibt es irgendwann eine leere Klausel. Wie mache ich das? Annahme, F ist unerfüllbar. Das ist die Richtung der Implikation, die ich zeigen wollte. Dann ist die Apport-Expansion von F unerfüllbar. Dann gibt es natürlich eine notwendigerweise endliche, wie ich argumentiert habe, wegen Kompaktheit, aussagenlogische Resolutionsableitung der leeren Klausel aus der Apport-Expansion von F. Das folgt so von oben nach oben. Dann kann ich feststellen, dass die Ableitung eine endliche Folge von Klauseln erzeugen muss. Diese Resolutionsableitung. K1', K2' bis Km', was dann die leere Klausel ist. Also nach endlich vielen Resolutionsableitungsschritten habe ich irgendwie die leere Klausel in der Apport-Expansion erzeugt. Propositional. Und die Behauptung, die ich jetzt aufstelle, ist, dass jede Klausel, die auf dem Weg dahin vorkommt, diese Klausel in KI', Grundinstanz einer Klausel KI ist, die irgendwann in der prädikatenlogischen Resolution auftaucht. Das ist also ein bisschen so ähnlich wie das Lifting-Glamour, was ich gerade gezeigt habe. Das Lifting-Glamour ist im Prinzip ein Schritt auf diesem Weg. Es sagt, wenn ich Grundinstanzen von zwei Klauseln habe und deren Resolvente bilde, dann kann ich auch die Klauseln direkt verwenden und die Resolvente, die ich so bekomme, dann Grundinstanziieren. Das heißt also, alles, was abgeleitet wird, ist Grundinstanz. Etwa von etwas, was ich auch prädikatenlogisch ableiten konnte. Und hier sage ich das ganz allgemein, alles, was auf dem Weg zur propositionalen Lernklausel abgeleitet wird, ist Grundinstanz von einer Klausel, die prädikatenlogisch auch abgeleitet werden kann. Okay, egal wie lang dieser Weg ist. Daraus folgt letztlich der Satz, denn wie ich gerade schon argumentiert habe, die Lernklausel ist nur Grundinstanz einer Lernklausel. Also die propositionale und die prädikatenlogische Lernklausel sind gleich und man kann die eine nur als Instanz aus der anderen erhalten und nicht aus irgendeiner anderen Klausel. Okay, das bedeutet also, wenn ich sicher bin, dass alle diese Klauseln auf dem Weg in der propositionalen Resolution Grundinstanzen sind und die letzte davon eine leere Klausel, dann weiß ich, dass auch die prädikatenlogische Resolution am Ende der Lernklausel abgeleitet hat. Sonst könnte das, die leere Klausel hier, keine Grundinstanz sein. Von was sollte sie sonst eine Grundinstanz sein? Gut, das also ist der grundsätzliche Beweisplan und was jetzt noch fehlt, ist diese Behauptung zu zeigen, die ich hier verwendet habe, nämlich, dass eben wirklich jede Klausel auf dem propositionalen Weg zur leeren Klausel hin eine Grundinstanz einer Klausel ist, die ich auf prädikatenlogisch hätte ableiten können. Also die Behauptung, jede Klausel KI' ist Grundinstanz einer Klausel KI, die irgendwann vorkommt. Wie zeige ich das? Naja, Sie sehen schon, hier ist so ein I drin, das läuft irgendwie beliebig weit. Ich weiß nicht, wo ich da hingelange, wie lang die Ableitung ist letztlich. Das heißt, das riecht alles ein bisschen nach Induktion. Und so ähnlich wird es auch funktionieren. Der Anfang ist leicht gemacht. Die Aussage ist klar für alle KI', die in der Erbron-Expansion ist. Die Erbron-Expansion enthält ja per Definition nur Grundinstanzen von Klauseln, die auch in der Klauselform von F vorkommen. Und damit sind die in K0 enthalten. Also da ist das L gleich 0, was ich hier suche. Die sind von Anfang an da. Okay, also solche Klauseln, die ich propositional durch Erbron-Expansion erhalten habe, die habe ich auf jeden Fall als Grundinstanz aus den Klauseln der Resolution, denn so habe ich sie ja überhaupt gebildet. Und jetzt muss ich das nur noch erweitern zu Klauseln, die ich durch Resolutionsschritte erhalte. Wie kriege ich die? Ich mache eine Induktion, das ist ein bisschen eine leichte Abwandlung für die vollständige Induktion. Bei vielen Induktionsbeweisen schließen sie ja von i auf i plus 1. Was ich hier mache ist, ich nehme als Induktionsannahme an, dass die Aussage für alle j gilt, die echt kleiner i sind. Also ich schließe von den Zahlen, die kleiner i sind, auf i. Also ich nehme nicht nur den Vorgänger, den unmittelbaren i minus 1 sozusagen, auf i, sondern ich schließe, ich nehme alle Vorgänger. Weil ich unter Umständen natürlich im Resolutionsschritt auch frühere Klauseln, früher abgeleitete Klauseln verwende, um die nächste zu bekommen. Das ist nicht unbedingt der direkte Vorgänger, das Wesentliche an der Stelle. Okay, also ich nehme an, die Aussage gilt bisher für alle j, die kleiner i sind. Und jetzt will ich zeigen, dass auch für i geht. Okay. Im i-ten Schritt werde ich jetzt irgendwie eine Resolvente bilden aus zwei Klauseln. Das ist also propositional. Resolvente ki' wird irgendwie gebildet aus zwei Klauseln Ka' und Kb'. Was a und b ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die beiden kleiner als i sind. Also die müssen schon da gewesen sein, bevor ich i gebildet habe. Das ist logisch. Also weiß ich auch, dass für laut Induktionsannahme, dass schon diese Annahme für diese beiden Klauseln Ka' und Kb gilt. Das heißt, das sind Instanzen von Klauseln Ka' und Kb, die ich prädikatenlogisch abgeleitet habe oder die von Anfang an gegeben waren. Also irgendeine Menge Kl für irgendeine L größer gleich 0 enthält schon diese Urklauseln, diese prädikatenlogischen angehobenen Klauseln A und B. Okay, so weit, so gut. Gut, dann kann ich das Lifting-Lemma nutzen, denn wenn ich so, wenn ich diese Situation mir anschaue, dann habe ich ja genau zwei Klauseln, wie im Lifting-Lemma, mit zwei Grundinstanzen, die eine Resolvente haben. Die Resolvente ist hier KI und laut Lifting-Lemma gibt es also auch eine entsprechende Resolvente. Also Moment, die Resolvente hier war KI'. Ich sollte den Strich konsequent mitsprechen, damit sie mir gut folgen kann. Also propositional habe ich die Resolvente KI'. Und laut Lifting-Lemma muss es dann auch eine prädikatenlogische Resolvente geben, die KI heißen kann und die ich durch Resolution aus KA und KB bekomme. Und damit habe ich also gezeigt, dass auch KI enthalten ist. Also auch diese Klausel irgendwann gebildet wird. Irgendwann werde ich diese Resolvente ja erzeugen im Resolutionsalgorithmus, wenn ich systematisch vorgehe. Und dann kann ich das auch erkennen. An dieser Stelle muss man sagen, der Algorithmus, so wie ich ihn ausführlich geschildert habe, geht, wie ich gerade gesagt habe, systematisch vor. Der bildet in jedem Schritt alle Resolventen, die man aus den bisher abgeleiteten Klauseln bilden kann. Und auf die Art erzeugt er neue Mengen. Und deshalb kann ich sagen, wenn es möglich ist, irgendetwas durch Resolution zu erhalten, dann wird es auch irgendwann prädikatenlogisch entstehen. Man könnte auch die Reihenfolge der Ableitungen anders organisieren. Und in der Praxis will man das in der Regel. Man will nicht alle denkbaren Resolventen immer ableiten, sondern man hat vielleicht bessere Kniffe und Heuristiken, die es einem erlauben, die wichtigen, die sinnvollen Resolventen zu bilden, die am ehesten in Richtung Widerspruch führen. Man kann also diese Strategie der Anwendung der Regeln auch ganz anders wählen. Aber wichtig dabei ist, damit man Vollständigkeit erhält, dass das Ganze fair geschieht. Das heißt, wenn es eine Resolvente gibt, die man bilden kann, dann muss sie auch irgendwann nach endlicher Zeit mal irgendwann gebildet werden. Und das ist nicht selbstverständlich. In der Aussagenlogik ist das klar, denn irgendwann gehen Ihnen die Möglichkeiten aus und wenn dann noch irgendwas zu machen ist, dann müssen Sie das auch noch machen, bevor Sie endlich terminieren können. In der Prädikatenlogik ist das nicht so. Da haben wir unter Umständen immer wieder neue Resolventen mit immer wieder neuen, komplizierteren Termen. Und Sie können unter Umständen unendlich viele Resolutionsschritte durchführen und gleichzeitig manche niemals durchführen. Also Sie lassen einen Resolutionsschritt, der vielleicht wichtig gewesen wäre, um den Widerspruch zu erhalten, einfach aus und beschäftigen sich stattdessen an irgendeiner anderen Stelle bis in die Unendlichkeit. Das ist denkbar und das würde also so eine Anwendungsstrategie sein, die Fairness vernachlässigt. Also fair sein heißt, wenn etwas irgendwann ansteht, resolviert zu werden, dann sollte es auch irgendwann mal drankommen und nicht unendlich lang machen. Okay, aber wie gesagt, in meinem Algorithmus ist das gegeben und deshalb wissen wir hier, wenn das Lifting-Lämmer uns sagt, es gibt so eine Resolvente, dann wissen wir gleichzeitig, der Resolutionsalgorithmus wird die auch irgendwann produzieren. Da kommt er nicht umhin. Und das ist es. Hier steht QED. Damit haben wir die Vollständigkeit der Resolution bewiesen. War doch gar nicht so schlimm eigentlich. Also auch hier wieder die interessante Analogie wirklich zu sagen, ja es gibt diese unendlichen Aussagen, logischen Theorien, die im Prinzip hier darunter liegen, aber anstatt mit denen zu arbeiten, arbeiten wir mit kompakten, effizienten Repräsentationen dieser Theorie, die wir in Form von variablen, haltigen Klauseln repräsentieren. Und dadurch sparen wir uns eine Menge Arbeit. Wir müssen nicht diese unglaublich vielen Grundinstanzen bilden, von denen wir auch vielleicht gar nicht wissen, wie sie zusammenhängen und welche davon wichtig sind, sondern wir können mehr oder weniger zielgerichtete Resolutionen anwenden. Ich möchte die praktischen Fähigkeiten von der Resolution hier nicht überbewerten. Vielleicht sage ich da mal noch was dazu. Der Algorithmus, so wie wir ihn hier behandeln, ist immer noch hoffnungslos ineffizient. Wenn man in der Praxis Resolutionen anwenden will, braucht man noch eine ganze Menge anderer Tricks, die verhindern, dass man sich nutzlos Arbeit macht. Falsche Dinge werden es nicht sein im Sinne von unkorrekte Dinge, aber es werden unter Umständen unnütze Dinge abgeleitet oder Dinge mehrfach abgeleitet, etc. Also da muss man sich noch einiges überlegen, um die Resolution ein bisschen zu steuern, um die Suche nicht ganz so planlos werden zu lassen, wie sie jetzt noch wäre. Aber es ist schon besser als das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe als Entscheidungsverfahren für Glück. Okay, zu guter Letzt am Abschluss dieser Vorlesung möchte ich noch kurz oder dieses Video möchte ich noch kurz ein paar Dinge ernten, die jetzt unmittelbar daraus folgen. Über Kompaktheit der Aussagenlogik hatte ich ja schon gesprochen. Und was wir jetzt hier mehr oder weniger direkt auch erhalten als Korollah aus dem, was wir jetzt gesehen haben, ist die Kompaktheit der Prädikatenlogik. Das nennt man auch Endlichkeitssatz oder Kompaktheitssatz, was ich hier habe. Falls eine unendliche Menge Prädikatenlogischer Sätze T eine logische Konsequenz F hat, so ist F auch Konsequenz einer endlichen Teilmenge von T. Das ist im Prinzip die gleiche Aussage wie für die Aussagenlogik, nur für Prädikatenlogik. Alles, was folgt, folgt aus endlich vielen Annahmen. Kompaktheit einer Logik. Es gibt Logiken, die das nicht haben. Dazu kommen wir noch. Das ist kein nichts, was automatisch gilt. Ich glaube, ich habe sogar gleich ein Beispiel, wo das mal nicht gilt. Also Kompaktheit, Endlichkeit, alles folgt. Wie kann man aus endlichen Teilmengen, wie kann man das im Prinzip beweisen? Na ja, eine gegebene logische Konsequenz ist reduzierbar auf Unaufüllbarkeit. Das ist klar. Das wissen wir. Laut Resolutionssatz kann die Unaufüllbarkeit einer solchen Theorie nach endlich vielen Schritten durch Ableitung der leeren Klausel nachgewiesen werden. Da mache ich jetzt einen kleinen Sprung. Ich wende jetzt Resolutionen auf unendlich, also auf möglicherweise unendliche Mengen, Theorien an. Aber alles, was ich für die Vollständigkeit der Resolution verwendet habe, lässt sich tatsächlich mit unendlich vielen Formeln genauso sagen. Also da gibt es keinen Unterschied. Für die Aussagenlogik ist die Kompaktheit vielleicht noch ein bisschen mehr zusätzliche Arbeit. Habe ich ja auch nicht bewiesen, sondern nur gezeigt. Aber für die Prädikatenlogik kann man tatsächlich alles, was wir gesehen haben, auch auf unendliche Theorien übertragen, mathematisch zumindest. Man muss ja nicht implementieren. Und klar ist natürlich, auch wenn Sie unendliche Theorien haben, wenn das Resolutionsverfahren zu Werke geht, kann es immer nur endlich viele Klauseln benutzen bis zu einem bestimmten Schritt. Und wenn man irgendwann nach endlich, wenn man irgendwann die leeren Klausel ableitet, dann ist das nach endlich vielen Schritten passiert. Unendlich viele Schritte gibt es hier nicht. Das heißt, nach irgendeiner Schrittzahl hat man die leere Klausel und bis dahin hat man nur endlich viele Klauseln genutzt. Das heißt, wegen der Korrektheit weiß ich, dass dieser Widerspruch bereits aus der vorher benutzten endlichen Teilmenge der Theorie folgt. Und das ist auch was, was man allgemein festhalten kann. Die Kompaktheit einer Logik ist eng verwandt mit der Tatsache, dass es ein Beweissystem für sie gibt. Also, wenn ich alle Folgerungen endlich beweisen kann, dann heißt das letztlich, dass alles, was folgt, aus endlich vielen Dingen folgen muss. Sonst könnte ich dafür keine endlichen Beweise finden, höchstwahrscheinlich. Das heißt, die Kompaktheit ist eine Voraussetzung dafür, dass ich endliche Beweisbarkeit habe in diesem Sinne. Und auch das gilt nicht für alle Logik. Wobei es natürlich manchmal Wege und Mittel gibt, Dinge anders auszudrücken und zu entscheiden. Aber okay, ich denke, die Intuition ist trotzdem gut, die ich gerade genannt habe. Okay, mit Kompaktheit können wir noch eine Kleinigkeit feststellen und dann mache ich wirklich Schluss. Wir können nämlich auch das erste Mal jetzt etwas sehen, was uns die Grenzen der Prädikatenlogik aufzeigt. Nämlich Dinge, die man mit Prädikatenlogik nicht ausdrücken kann, obgleich sie mathematisch gut beschrieben werden können und vielleicht sogar praktisch berechenbar sind. Aber ich kann sie nicht mit Prädikatenlogik formulieren. Das ist eine interessante Einsicht, die vielleicht erst mal überrascht, weil ich ja den Eindruck bisher vermittelt habe, Prädikatenlogik ist im Sinne Turing-mächtig, ist ein unentscheidbarer Formalismus. Ich kann Turing-Maschinen darin ausdrücken. Man hat also erst mal die Intuition, da geht alles. Das ist alles, was berechenbar ist, lässt sich dort auch machen. Aber nicht unbedingt in einem konkreten Sinne. Also man kann jeden Algorithmus in Prädikatenlogik übersetzen und dort simulieren. Das mag gehen, aber das heißt nicht unbedingt, dass der Algorithmus für konkrete Prädikatenlogische Faktenmengen oder Formeln oder Modelle genau das, die die Semantik hat, die man vielleicht mit einem anderen Algorithmus darauf implementieren kann. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Eine logische Formel F mit zwei freien Variablen X und Y drückt den transitiven Abschluss einer binären Relation R aus. Wenn in jeder Interpretation I und für alle Elemente Delta 1 und Delta 2 aus der Domäne von I gilt I mit der Variablen Zuweisung X geht nach Delta 1 und Y geht nach Delta 2 erfüllt die Formel F genau dann, wenn das Paar Sigma 1 Sigma 2 im transitiven Abschluss der Relation R, der binären Relation R ist. Denken wir mal darüber nach, was heißt das? Also wir haben eine binäre Relation und alle Interpretationen müssen jetzt irgendwie diese binäre Relation, also das binäre Prädikat als Relation interpretieren und uns interessieren die Paare, die über diese Relation transitiv in Beziehung gesetzt sind. Also die Delta 1 von denen aus man ein Delta 2 erreichen kann. Und was mich interessiert, wäre eine Formel, die diese Eigenschaft, diese Erreichbarkeitseigenschaft ausdrückt. Und zwar in dem Sinne, dass sie zwei freie Variablen hat und dass sie genau für die Belegungen der Variablen erfüllbar ist oder erfüllt wird, die eben in dieser Erreichbarkeitsrelation stehen. Und zwar also in einer beliebigen Interpretation I natürlich über der gleichen Menge an Prädikaten und insbesondere über A. Also was ich mir jetzt hier vorstellen würde, ideellerweise wäre eine Formel, die nur R verwendet und die in irgendeiner Weise ausdrückt, x ist erreichbar über R Ketten oder von x aus kann ich über R Ketten Y erreichen. Das möchte ich gerne als Formel aufschreiben und dann hätte ich den transitiven Abschluss ausgedrückt in diesem Sinne. Man kann das auch ein bisschen anders formulieren. Ich habe es hier mit freien Variablen gemacht. Sie könnten aber, wenn Sie so eine Formel hätten, natürlich auch Konstanten hier einsetzen syntaktisch und sagen, ich habe eine Formel, die drückt aus, dass das Element, was durch die Konstante A dargestellt wird, am Anfang einer R-Kette liegt, über die man das Element erreichen kann, was durch die Konstante B dargestellt wird. Also das könnte man auch mit einem Satz lösen, aber hier mache ich es mit freien Variablen, weil ich das auf die Art für beliebige Domänelemente sagen kann, selbst wenn sie nicht durch Konstanten bezeichnet werden. Okay, das wäre also eine Formel, die transitiven Abschluss ausdrückt. Das ist jetzt erstmal nur eine Definition. Man sagt, eine Formel drückt das aus, wenn sie diese Eigenschaft hat, wenn sie sich so verhält. Warum definiere ich das? Naja, weil interessanterweise es keine prädikatenlogische Formel gibt, die den transitiven Abschluss einer binären Relation ausdrückt. Das heißt also, es gibt keine Formel der Prädikatenlogik F, die genau dieses Verhalten hat, dass sie genau die Erreichbarkeitsrelation von zwei Elementen über R darstellt. Und das können wir tatsächlich mit dem, was wir schon wissen, relativ leicht erkennen, relativ leicht beweisen. Auf dem Rest der Folie passt das leicht hin. Durch Widerspruch. Wir nehmen erstmal an, es gäbe so eine Formel F, also ich habe irgendein F, das hat zwei Freie Variablen, verhält sich genau so, dann kann ich mir eine unendliche Theorie vorstellen, die unerfüllbar ist. Wie sieht die aus? Na ja, naja, ich habe zunächst den Satz F, den ich erhalte, wenn ich x mit konstante a und y mit konstante b ersetze, also das ist ein Satz, der sagt, von a aus kann ich über r Ketten b erreichen und das soll wahr sein. Und ich weiß, f drückt genau diese Erreichbarkeit aus, das heißt, diese Aussage, wenn sie wahr ist, heißt, es gibt so eine Kette von a nach b über a. Und jetzt kommt aber als zweite Formel die Aussage, dass a und b nicht direkt mit a in Beziehung stehen. Okay, also die Kette kann nicht die Länge 1 haben. Dann kommt ein zweiter Satz, der sagt, es gibt kein x, so dass a mit x in Verbindung steht, x1 hier, und x1 wiederum über a mit b in Verbindung steht. Und dann kommt der dritte Satz, da sagt, es gibt auch kein x1 und x2, so dass es eine Kette von a über drei Schritte nach b gibt. Und so weiter und so fort. Ich kann immer mehr ähnliche Sätze hier aufschreiben, die sagen, es gibt eine Kette der Länge 4, keine Kette der Länge 5, keine Kette der Länge 6 und so weiter. Diese Theorie ist offenbar unerfüllbar, denn einerseits sage ich, ich kann von a aus b gibt es keine Verbindung zwischen a und b. Also es ist gleichzeitig erreichbar und unerreichbar, das geht natürlich nicht, also unerfüllbar. Aber was wir leicht sehen ist, dass jede endliche Teilmenge dieser Theorie erfüllbar ist. Wenn Sie nur sagen, es gibt keinen Pfad der Länge 1 und 2, dann kann trotzdem von a aus b erreichbar sein, über einen Pfad der Länge 3 zum Beispiel. Und selbst wenn sie eine Millionen Pfade ausschließen, haben sie immer noch den eine Million und Ersten, der die Erreichbarkeit ihnen liefert. Das heißt, jede endliche Teilmenge der Theorie ist erfüllbar. Das heißt also, wenn es tatsächlich so eine prädikatenlogische Theorie gäbe, dann würde die den Endlichkeitssatz verletzen. Das wäre also eine angeblich diese Theorie müsste eine unerfüllbare Theorie sein, die keine endliche Teilmenge hat, die unerfüllbar ist. Und das wissen wir kann nicht gelingen. Okay, also überraschend in gewisser Weise etwas ganz Einfaches, nämlich den transitive Abschluss einer Relation, was vielleicht eines der grundlegendsten Dinge ist, eines der ersten Features, die wir in regulären Sprachen kennengelernt haben, diese Transitivität und diesen Kleini-Stern sollte ich sagen. Das kann ich in dieser starken allgemeinen Prädikatenlogik erster Stufe nicht formalisieren. Okay, man kann es aber schon durchaus in Logik formalisieren und wir werden auch noch ein bisschen darüber reden, wie das dann geht und was für Möglichkeiten es da gibt, in den restlichen Videos in diesem Kurs. Als nächstes möchte ich aber erst mal noch ein bisschen mehr über weniger unendliche Dinge reden und dafür mal über endliche Modelle und konkret auch über Datenbanken sprechen und erklären, was das eigentlich mit Logik zu tun hat. Bis dahin, Tschüss und auf Wiedersehen.